Sie müssen sitzen bleiben. Ja, komm. Ja, bitte machen Sie doch weiter. Wer riecht zum Beispiel besser als der Mensch? Mensch? Die Kacke. Ja, richtig. Dr. Lang, das ist ein neuer Schüß. Erholen. Ich fang hier. Ja, wo können wir denn hinsetzen? Ja, vielleicht da? Ja, bitte in den Platz. Ja, dann können wir ja gleich mal etwas fragen. Ja, gern. Nun, bitte, wer riecht besser als der Mensch? Ja, wieso? Ach so, ja, ja, natürlich. Er ist ja Holländer. Ein Erländer. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich weiß, ja, ja. Und er kam hier ja etwa... SPC-